Ja, ich freue mich, muss ich echt sagen. Es ist eine Möglichkeit, als österreichischer Trainer gegen eine österreichische Mannschaft zu spielen. Das ist für mich sicher, genauso wie für meinen Kollegen Manni Schmid, etwas Besonderes. Die Aufgabe ist sportlich reizvoll, würde ich sagen. Es ist machbar, aber es wird man hier heute nicht gerne hören, es ist trotzdem eine richtig schwierige Aufgabe. Und wenn es nicht Österreich wäre, würden alle sagen, es ist ein richtig schweres Los. Nachdem man hier in Deutschland sieht, sagt man, es ist eine einfache Aufgabe. Ich weiß da Gott sei Dank ein bisschen mehr, Manni Schmid weiß auch relativ viel. Und wir sind, denke ich, ganz gut vorbereitet. Und es ist natürlich eine richtig coole Geschichte, ich freue mich, dass wir das Los bekommen haben. Ich komme in meine Heimat, wir wollen weiterkommen, schwer wird es alle, weil. Dankeschön.